ihr wolltet auch bestimmt auch schon mal von eurem chat abused werden und wie das funktioniert zeige ich euch heute ich werde euch heute ein programm vorstellen das nennt sich tits also twitch integrated touring system also grob übersetzt wird interagiertes werfsystem und ja ich werde euch zeigen wo das programm her bekommt und wie ihr das halt einstellen könnt dass ihr das halt auch wird schützen können kurze info vorweg ich nutze wie sie face um es zu trägt ihr könnt aber auch video studio nutzen also ihr könnt auch 2d charaktere nutzen es funktioniert momentan nur mit wie sie face oder mit youtube studios andere programme funktionieren noch nicht wie wir das einstellen zeige ich euch gleich schauen wir erstmal muss herbekommen so zum ersten wo bekomme dieses programm eigentlich her wir haben diesmal keine buchseite sondern eine seite deiner daran erkennt das vielleicht wenn ich es auch nicht so schlimm ich habe natürlich die seite direkt und die beschreibung verlinkt da können wir drauf klicken und ihr seid direkt auf dieser seite am besten ist ihr macht euch tatsächlich ein account falls ihr das programm noch mal später herunterladen möchte dass sie es einfach in eurer bibliothek habt das ist halt immer wieder herunterladen möchte wenn ihr woanders seid wenn ihr keine ahnung habt aussehen gelöscht irgendwas funktioniert das nicht wir brauchen immer mal wieder die möglichkeit seine sachen auch wieder herunterzuladen man möchte es ja nicht geld ausgeben und irgendwas dann halt nur einmal herunterladen können es ist ja ein bisschen doof also macht euch ein account wir sind dann auf dieser seite ist sehr sehr einfach bei now jetzt kaufen es kostet 15 us dollar ist wichtig bei dem minderkampf es ist in dollar ausgezeichnet also es wird umgerechnet in euro und es kommt glaube ich auch noch steuern drauf also man ist im prima daumen um 17 18 euro wird das kosten wer möchte kann noch eine kleine spende da lassen ihr könnt mit paypal oder mit karte zahlen wenn ihr sagt okay ich zahle mit paypal oder mit karte müsst ihr noch kurz ausfüllen wer ihr seid wo ihr wohnen etc das ist halt normales prozedere und dann halt auf continue payment also weiter mit den zahlen dann könnt ihr aber noch bestätigen dass das alles stimmt was ihr angegeben hat und halt wird weitergeleitet dann zu paypal oder halt zur kartenzahlung und füllt da den quatsch aus ihr werdet dann auf diese seite weitergeleitet wie gesagt wenn ihr euch angemeldet habt könnt ihr über eure library jedes mal auf eure sachen zurückgreifen hier euch gekauft habt also meldet euch an das ist sinnvoll dann ladet euch das runter ich habe mir jetzt den launcher direkt runtergeladen und ja entpacken setup exe starten installieren lassen das solltet ihr hinkriegen soweit sollte man schon sein dass das funktioniert ist jetzt nicht sonderlich schwer geht man hin so wir haben das programm erfolgreich installiert und geöffnet so sieht das die folgmäßig aus es ist dieses lustige mannequin und lustige knöpfe an der seite wir gehen einfach schritt für schritt mal durch das erste ist diese wolke sind die verbindungen wir haben hier oben direkt twitch bei mir ist natürlich schon verbunden weil ich habe es ja schon genutzt eine weile ihr drückt einfach drauf loggt euch mit einem twitch account ein und fertig mehr ist das nicht und jedes mal wenn ihr das programm neu startet müsst ihr gucken ob es noch verbunden ist sprich drauf drücken dann ist verbunden und dann kommt drauf an je nachdem was für ein programm genutzt ob die youtube studios nutzt was ich euch nicht zeigen kann weil ich das programm selber nicht nutze ich zeige euch heute nur wie wir das mit wie sie face machen weil ich das halt selber nutze und mich dementsprechend mit auskenne das erste was wir brauchen ist die ip falls ihr nicht wisst was eure ip ist ist nicht so schlimm geht einfach auf eure einstellungen dann geht ihr auf das internet dann scrollt ihr etwas runter bis ihr zu hier ipv4 adresse kommt das ding das braucht ihr ich habe es jetzt bei mir natürlich verpixelt ich möchte nicht dass ihr meine dinge habt aber ipv4 adresse das darf das wird gebraucht kopiert euch das merkt euch das schreibt euch das auf nur dass ihr das nachher gleich ein tippen könnt doch mal sehr runter jetzt gehen wir erst mal in wie sie face einmal hier einmal unter settings general settings mit scrollen etwas runter dann kommen wir hin zu aus es sie vmc receiver den hier den brauchen wir dort fügt ihr eure lan ip ein die euch gemerkt habe und guckt ob der port und dacht ihr doch der port ob die nummer die gleiche ist wenn nicht ändert ihr eine von beiden da muss die gleiche nummer stehen damit auch weiß was er verbinden soll dann gehen wir bei mir war es jetzt aktiviert apply wie sie face tracking und sagt okay wir wollen alles über wie sie face track bis aufs bein und chest die wollen wir dann mit dem tts system tracken das andere könnt ihr alles anhaken dann funktioniert alles ganz normal wie es gewohnt seid oder was auch schon jetzt haben wir wie sie face verbunden ihr könnt auch direkt mal testen ob es funktioniert in dem f9 drückt ok das ausgerechnet der geist egal jetzt und ihr seht es tut sich was es funktioniert noch nicht so genau unbedingt wie soll aber es tut sich was dann können wir jetzt wie sie face einfach ganz normal wieder schließen ich mache es mal runter und es funktioniert also im prinzip funktioniert es da schon mal was müssen jetzt nur einstellen was getroffen werden soll weil das ist noch das was nicht funktioniert so richtig ja und um das richtig einzustellen dass mir halt richtig getroffen werden und dass auch die leute sehen was da eigentlich geworfen ist müssen wir das ganze jetzt mit obs verbinden dazu einmal obs wie jetzt wird es verwirren da kann man endlos lupe an fenstern nicht ablenken lassen wir brauchen natürlich erstmal das tts system in der quellen drin ich mache das bei mir mal kurz weg wir machen das zusammen neu so weg gehen wir auf das plus dann gehen wir auf spielaufnahme nennen das vernünftig die können das benennen wie es möchte nur dass jetzt halt wieder findet wir gehen hin wir brauchen ein bestimmtes fenster und wir brauchen das drawing system da und wir sagen transparenz erlauben also alles was hier grau ist wird weg gemacht egal warum jetzt dahinter steht der wurscht und sagen okay das war es auch schon dann haben wir ein overlay wenn ich mache mal einfach die bildschirm von weg dann haben wir hier quasi ein overlay und jetzt müssen wir das mannequin hier dass diesen rosa umriss auf unseren charakter packen dazu gehen auf diese karte mit szenen aus irgendeinem grund hat sich die hier direkt verstellt ich weiß auch nicht und wir versuchen die umrisse so gut wie möglich über den charakter zu packen dass das so halbwegs passt wichtig ist einfach nur dass man halt den kopfbereich und den schulterbereich halbwegs in ordnung trifft dass man einfach weiß wo es getroffen wird wir können auch mal testen f9 ja doch funktioniert auch eigentlich ganz gut und wer mehrere szenen haben möchte weil er seinen charakter immer mal woanders platziert hier sagt dass das ändert sich ja dann immer der kann auf dem plus eine neue einfügen man kann ja auch benennen einfach da drauf und wenn man schreiben und wir können die dann auch die bieten ist ich habe die falsche die bietet egal ist so aber das noch schnell vor perfekt erst mal die falsche sehende die 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 delitet so warum das passt schon es muss nicht so 100 prozent genau sein wie gesagt schulter und kopfbereich das eigentlich das was packen muss weil das sind zwei ziele die er sich aussucht gibt es ziel des kopfes und das ziel hier ja nicht schulter oberkörper hier so kriegt vor die brust geworfen so je nachdem wo ich finde auf dem bildschirm und welcher position solltet ihr halt euer männlichen anpassen das bringt euch halt nichts wenn das hier ist und ihr seid hier drüben weil dann passiert solche sachen dass sie dann ein bisschen wird aus ihr reagiert zwar aber die sachen fliegen ganz woanders hin kann man auch sagen nach oben man reagiert zwar aber das ding über den halben bildschirm ausgerechnet der geist der ente der wirklich krach macht okay so so ein bisschen viel arbeit so passt das okay noch mal draufklicken dann ist es weg so wir haben unsere sehne eingestellt aber man sieht das ja noch auf dem bildschirm ist ja blödsinn wenn wir das jetzt weg machen sind auch die items weg ich sollte den geist vielleicht da raus tun während ich das vorführe egal hier gibt es eine kleine kamera und drückt da drauf oder ist weg und wenn ihr dann aus dem bildschirm raus tappt oder rausklickt dann ist auch die kamera weg klickt ihr wieder rein also wieder da hätten wir das soweit so wir haben auch generelle einstellungen vornehmen können immer hier auf die settings auf das zahnrad wir können zum beispiel die hintergrundfarbe ändern machen keine ahnung man rot man grün man gelb blau was weiß ich hier es möchtet ich bleibe jetzt erstmal bei dem grau wir können die graphics einstellung einstellen je nachdem wie gut euer pc ist könnt ihr hoch oder runter gehen da müsst ihr ein bisschen testen was euer pc her macht wie ihr das haben möchtet ich persönlich arbeite lieber in windows modus als fullscreen aber das ist halt persönliche präferenz das könnt ihr für euch selbst entscheiden wie das müsst ihr seid alt genug nehme ich an ihr könnt da selber einstellen wie ihr das braucht ihr könnt die fps runternehmen je nachdem wer kann der kann auch rake tracing probieren wie gesagt audio kann man einstellen wenn generell alles zu laut ist kann man hier so ein master audio runter machen man kann auch die audio einstellung von den einzelnen modellen einzeln runter stellen das zeige ich euch auch gleich jede menge so kleine einstellungen halten haben wir die hotkeys wir können hier eine border einstellen indem wir sagen okay ich möchte nicht dass sachen hier spawnen die dürfen erst hier wieder starten oder ich möchte über den ganzen bildschirm haben das ist euch überlassen wie ihr das haben möchtet ihr seid mir gucken video und das stört wenn ihr die ganze zeit irgendwas durchs bill fliegt dann macht ihr die border an sagt okay macht das ab hier hier läuft irgendwie ein video oder ihr macht da irgendwas und ab hier dürfen halt sachen ersporen je nachdem wie es braucht könnt ihr es einstellen und für die leute die ein bisschen mehr 3d stuff machen ihr könnt auch die compressed imported textures die würde ich ausmachen außer ihr seid der meinung ihr müsst unbedingt 4k texture reinladen dann seid ihr selbst dran schuld wem das jetzt gerade nichts gesagt hat ist egal ihr seid nicht wahrscheinlich nicht so die leute die dafür die dann ahnung haben wenn ihr keine ahnung von 3d lasst es an wenn ihr ein bisschen ahnung habt macht das vielleicht aus es geht dann halt mehr ums modell importieren da kommen auch gleich zu und dann so jetzt kommen wir zum spaßigen teil des programm ist jetzt nehmen fest wann was geworfen wird da gehen wir auf den trigger menu ich habe hier schon einige trigger und sagen auch noch plus wir haben einen neuen trigger wir können hier einmal festlegen den namen des trickers den wir haben für uns und mit mal wissen was passiert wir können festlegen was passieren muss dass getriggert wird das meiste ist eigentlich relativ selbsterklärend hier bei channel points müsst ihr aufpassen der redeemed title der muss genau der gleiche sein wie das was ihr bei euch in den bits stehen habt wenn ihr hier zum beispiel geist drin stehen habt muss auch hier geist drin stehen da müsst ihr aufpassen das meiste hat relativ selbsterklärend ihr könnt verschiedene mounds festlegen von mindestens bis maximal und dann halt multiplar hinzufügen dass man sagt okay für jeden hundertsten bit gibt es einen show mehr das funktioniert bei den meisten gleich ich kann auch festlegen okay wenn jemand vollort passiert was wenn ein raid ist passiert was dann könnt ihr auch wieder minimalwert und maximalwert vorlegen so könnt ihr einfach mehrere optionen haben für zum beispiel bei rates oder bei host wenn er sagt okay jemand kleineres radet mich von keine ahnung von null bis fünf leuten dann passiert das wenn jemand anderes mich radet der hat jetzt zehn leute dabei der kriegt einen anderen trigger da passiert einfach mehr was könnt ihr da festlegen ja generell commands wichtig auch hier ausrufezeichen dass das halt ein kommando ist und bei chat message ist egal was ihr drin habt sobald dieses wort im chat vorkommt wird irgendwas passieren und auch hier bin ich glaube ich ein bisschen im weg sehe ich jetzt erst mal ein bisschen kleiner so besser auch hier könnt ihr dann festlegen minimum maximum wenn es sagt okay ich möchte nicht komplett zugespampt werden ihr dürft maximal eine sache zehnmal sagen und dann passiert halt nichts mehr ihr könnt auch festlegen mit phrase muss equal message das ist halt genau dieses wort sein muss wenn da noch irgendetwas anderes dabei steht funktioniert es nicht und ihr könnt auch sagen okay es muss halt groß und kleinschreiber beachtet werden aber beachtet dadurch schon groß beim schreiben drauf also das würde ich tatsächlich weglassen dann könnt ihr sagen soll was geworfen werden oder soll es ein bonk sein ich muss dazu sagen das bonk funktioniert nicht ganz so gut bei den meisten items das müsst ihr immer ein bisschen ausprobieren ich persönlich mag throw also werfen lieber ist aber persönliche präferenz testet das einfach aus dann könnt ihr festlegen oder object customization welche sachen sollen geworfen werden können das einfach markieren und sagen disable und es ist weg alles was gelb ist wird geworfen und was nicht gelb ist das wird nicht geworfen oder sagen okay ich möchte dass einfach alles geworfen wird dann machen wir das wieder enabled und dann ist es wieder alles aktiviert können auch sagen generell ich möchte dass die sachen größer sind stärker sind mehr speed haben das wird halt nur für diesen trigger verwendet wenn ihr die sachen auch woanders habt die sollen halt schwächer sein stärker sein dann müsst ihr das halt über den trigger an für sich einstellen und unter aim customization können wir auch nochmal festlegen von wo es geworfen wird und wo soll es treffen man kann sagen okay alles soll auf den kopf geworfen werden oder hier auch in den schulterbereich wer möchte und hat sein voll screen model an kann auch sagen okay füße oder beckenbereich dann können wir sagen okay automatisch dann sagt der computer okay ich lege automatisch fest von wo kommt was geworfen meistens nimmt er den entgegensetzten part wir können aber sagen okay ich sagte jetzt von wo du sachen werfen sollst das ist das queen relative dann sagt er okay ich gucke mir den bildschirm an und sage vom bildschirm hier oben wird immer dieses stück bildschirm von dark spawnen an die sachen und werden geworfen man kann auch sagen ich mache das relativ zu meinem objekt wo das mannequin steht da wird dann geguckt wenn jetzt zum beispiel hier oben dann wird immer von oben direkt drauf was drauf fallen wenn das im screen in der mitte ist fällt es halt mittig vom screen rein dann müsst ihr mal gucken je nachdem was ihr möchtet könnt ihr das einstellen wir können auch sagen okay ich möchte nicht gar nicht dass das geworfen wird ich möchte dass es fällt es nennt sich drop und dann fällt das einfach runter meistens halt direkt auf den menschen drauf was macht Sinn man kann es auch dann lieber werfen aber sinnvoll ist das nicht oder ich möchte dass es regnet das einfach random von oben überall einfach runter fällt je nachdem was ihr einstellen möchtet könnt ihr das ja dann machen wie ihr das möchtet so viel zu den triggern da könnt ihr ein bisschen mit rumspielen und auf delete können wir es deleten wir können auch sachen copy und pasten wenn wir das brauchen wir können hier auf test gehen wenn wir sagen okay test hier haben wir mal einen regen hier haben wir am anfang schon gesehen hier haben wir den bonk ihr seht beim bonk ist halt das problem das modell wird immer komisch genommen es wird nicht an der spitze genommen sondern irgendwie das unterste drittel wird zum bonk benutzt ich weiß nicht warum es funktioniert nicht ganz ich habe es auch nicht einstellen richtig können ich habe es auch leider noch nicht fixen können oder herausfinden können wie man das am besten macht dass man das halt passend hinkriegt so jetzt sind erstmal alle einstellen durchgegangen aber wir wollen ja vielleicht auch noch ein paar sachen importieren und dazu gehen wir vom throcks screen auf dem model importer einfach drauf drücken und schon haben wir ein neues fenster mit verschiedenen sachen sind wir wieder im weg wenn wir mit der kleinen ecke banana for scale ich packe mich mal hier hin da müsste das gehen so passt das bestimmt man sieht hier schon jede menge sachen ein großteil ist halt schon vorher in dem programm drinnen bär, banane, burger, herz, bits, box also geschenk box ich habe auch schon ein paar sachen reingepackt hier so einen fass, einen baseball schläger, eine möhre, geist und man kann auch einfach bilder reinpacken und das ist jetzt einfach nur eine png ein bild ja und das geht folgendermaßen ihr geht auf den weißen screen drückt auf die rechte seite dann könnt ihr sagen import model import vrm png ihr könnt gif importieren habe ich noch nicht getestet oder wir können auch was reimporten bei mir hat das reimporten nicht funktioniert und ihr könnt auch die twitch importen wir fangen erst mal an mit einer png wir sagen import png drauf drücken und dann sucht ihr euch eine raus ihr auf dem pc habt wir nehmen keine ahnung ich nehme hier einfach mal mal das hier aus vorführungszwecken öffnen tada schon ist sie da und alles was transparent ist ist halt auch hier transparent und ihr habt jetzt quasi eine plane mit einer png drauf so kommen wir zu den 3d sachen da muss man ein bisschen aufpassen da gibt es ein paar sachen die halt schief gehen können und die geben jetzt nach und nach mal durch zum einen wir haben zwei optionen einmal import model ich habe da bis jetzt immer eine fbx datei immer nur importiert weil fbx ist so der standard der standards was 3d sachen angeht ich habe nichts anderes ausprobiert weil halt wirklich im fbx hast du die meisten informationen und es halt überall funktioniert eigentlich fbx wir haben auch eine vm option nur bei der ist das problem diese modelle haben keine kollegen ich weiß nicht wie man es fixen kann ich habe ein paar sachen ausprobiert ich habe in diese modelle keine kollegen reingekriegt das heißt die sachen fliegen einfach durch das programm weiß nicht dass da irgendeine masse vorhanden ist einfach man schmeißt jetzt irgendwas und es fliegt einfach durch den charakter durch und weiß gar nicht dass irgendwo ein impact ist ich habe sich fixen können falls ich irgendwann herausfinden wie man das fixen kann dass man nach vm sachen reinladen kann lassen soll wissen wir gehen jetzt über import model und drücken da drauf wir können eine fbx datei uns holen machen wir die mal auf aber selbst da können ein paar sachen schief gehen ich habe jetzt hier eine wunderschöne tasse weiß und ohne farbe ist vielleicht doof eventuell habe ich die tasse ja ganz woanders her gut ich habe den fall ja selber gebastelt aber ich habe keine farbe drauf das finde ich jetzt du wie mache ich das ganz einfach ihr müsst kein 3d wissen haben ich zeige euch jetzt eine ganz 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 simple sache wie man die basic sachen mit texturierung und farb draufpackung machen kann in blender ihr braucht wirklich nur blender keine ahnung von 3d und das reicht wirklich jeder kriegt das hin ihr braucht keine angst haben wir gehen auf blender da habe ich die tasse mich noch auf das ist das modell wer auch lust hat so eine schöne tasse zu haben ich packe die auch unten in die beschreibung auf da könnt ihr die gratis runterladen wer lust auf so eine geile tasse hat achtet so ungefähr drauf dass sie so prima daumen mittig drauf ist wenn es nicht genau drauf ist es nicht sonderlich schlimm das programm sucht sich das modell und sucht sich seinen eigenen boden was ist mit dem punkt ein bisschen schwierig macht so wir wollen jetzt da farbe drauf kriegen das erste was wir machen müssen dass man blende auf habe sehen wir gehen hier oben auf den dritten ball und dann haben wir dieses komische hellgrau fast weiß was man halt auch eben hatten dann gehen wir hier drauf sagen wir möchten ein neues material haben dann kriegen wir ein material und kriegen hier die base color das ist das was für uns wichtig ist wir können nur diese base color verändern das andere wird nicht anerkannt ich mache hier einfach mal die waffen ist hoch dass das besser sehen und wir sagen wir möchten eine blaue tasse haben wir so ein schönes blau kommen wir machen so ein bisschen besser und wir sagen ich möchte zwei farben haben ohne textur oder alles ihr müsst keine ahnung davon haben zurück auf das plus machen wir noch mal eine neue und sage ich möchte dass keine ahnung ergriff eine andere farbe hat und das mache ich dunkler ich mache jetzt erstmal irgendwas und hier packe ich etwas hoch dann gehe ich auf mein objekt drücke hier edit mode suchen wir raus was eine andere farbe haben soll ich möchte euch den griff haben dann drücke ich l dann wird dieses stück was also so komplette stücker werden halt markiert und sage sein und zack habe ich hier ja gut vielleicht sollte man andere farbe nehmen wir machen wir mal lila weil es eine geile tolle tasse ist so haben wir eine schöne tasse mit lila henkel und so können wir halt auch farben zuordnen wenn wir so keine ahnung haben von texturierung kompletter noobs sind was das angeht selbst dann kriegen wir ein paar farben hin wunderschöne tasse anklicken file export als fpx gucken ob selected objects angehakt ist das ist wichtig sonst habt ihr die kamera und das licht noch mit drin und das brauchen wir jetzt nicht drücken das was wir überschreiben wollen oder halt einen neuen file export zack haben wir das erledigt machen wir das wieder auf gehen noch mal hin import model holen uns die tasse wieder zack jetzt ist sie bunt wunderschöne tasse und so könnt ihr halt auch wenn ihr ganz 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 anfänger seit dem blender auch simple sachen selber machen das ist nämlich das gleiche system was hier gemacht hat einfach verschiedene sachen mit einer farbe angewählt ja hier nicht so drauf so und so könnt ihr halt auch wenn ihr keine große ahnung vom modellieren habt vielleicht mal mit blende anfangen und das ganz ganz simple sachen selber machen und einfach farben drauf machen und wer jetzt noch bock habt packen wir eine textur drauf dann gehen wir nämlich wieder ein blender dann gehen wir unter you editing gucken wie ist denn an web das sieht so aus dass einfach das 3d muster wie so ein schokoweihnachtsmann auseinander gefaltet und flachgelegt ich gehe auf texture paint rosa ist normal rosa ist halt nicht ausgewählt wir sagen wir sagen okay ein k ist relativ groß für so eine kleine tasse aber egal wir machen sie jetzt mal grundfarbe und wir nehmen mal lila lila macht das jetzt lila und sagen okay schon ist die lila image save as und packen die hier hin und vielleicht packen wir die einfach in bilder dass man wieder rechte finden tasse speichern dann gehen wir in eins unserer materialien und ich mache die mal weg immer hier auf das minus und sagen wir hier wenn ein material und das soll jetzt darauf sagen wir bei base color wir möchten ein bild da reinpacken eine image image texture drücken da drauf dann sagen wir open und dann suchen uns eine textur haben wir die lila tasse packen wieder drauf so dann haben wir das was wir jetzt hier haben dahin gepackt und dann können wir auch mal unter texture paint können wir einfach drauf malen wir können sagen okay ich mal hier auf das 3d modell immer drauf wo ich mal hier was drauf wie wir das möchten wir können ja was schreiben ich mache den stift ein bisschen kleiner sagen wir machen wir schreiben jetzt einfach mal was drauf wer will kann sich die uv's auch rausspeichern und in photoshop packen und bild drauf machen wir versuchen jetzt einfach was zu schreiben schreiben wir mal tasse mit der maus hier ein wahres kunstwerk sagt und so könnt ihr halt auch verschiedene sachen an man kann auch sagen okay jetzt mache ich so und macht das über das zeichnen und sage ich mache keine ahnung das ist der hier und sage ich mache mich kreativ vielleicht kann man auch noch zweimal kann man hier so herz und das alles mit der maus hier aber ein herzbein so wird keiner sehen aber egal image safe so und wichtig wenn ihr das macht ihr müsst euch bewusst sein dass ihr nur die base color übernimmt wenn ihr hier eine metallic reinpackt oder eine roughness mit reinpackt das wird nicht übernommen es wird ganz alleine nur die base color übernommen also schon fancy aus hier okay dann gehen auch hier wieder auf layout drücken unsere tasse an und sagen file export fbx überschreiben die wieder export nehmen wir wieder in tts an import sagen tasse öffnen okay forfeffekt manchmal hat man auch solche fehler da funktioniert das mit import nicht so ganz manchmal kommt das programm nicht so richtig mit pngs zurecht und ich habe vorhin die textur als png rausgerendert also gehen wir hin gehen wir noch mal auf texture paint image safe as und sagen ich möchte das als jpeg rausgerendert haben speichern das packen die jpeg da rein und exportieren das noch mal so und jetzt sollte es gehen so und schon haben wir die tasse wie gesagt wenn sowas passiert dann hat das programm ein problem mit der alphatextur die drin ist wenn man eine png hat manchmal funktioniert man fast hatte ich keine probleme manchmal passiert sowas dann einfach eine jpeg nehmen wo man hat unsere schöne tasse wunderbar und dann kann man hier sagen aber delete okay yes auch die mache ich mal weg delete yes die und die lasse ich einfach mal aufs meme halber drinnen dann können wir hier an der seite noch verschiedene sachen festlegen dann scale kann man anpassen wie schwer das ist wie schnell wie viel rotiert sich das ja dann könnt ihr hier einfach ein bisschen für euch ausprobieren und testen wie euch was gefällt für verschiedene sachen kann man einfach verschiedene sachen wählen man kann auch hingehen einen anderen sound machen ich habe ja bei dem geisten einen anderen sound drin ja so das ding und das bonk sind normalerweise drin um eine neue sound rein zu laden einfach auch wieder rechtsklick add und dann packt ihr hier einfach eine mp3 rein hab ich hier irgendwas mal gucken ob ich ein download habe hier einfach irgendwas ich glaube das ist ein musikstück ja das ist ein bisschen lang aber so könnt ihr es einfügen sollte relativ kurze sachen nehmen weil es geht ja nur über den impact wenn eure sachen zu lang sind kann das sehr anstrengend werden also der geist ist schon so grenzwertig eignen sich aber auch sehr gut als jumpscare weil ich erschrecke mich öfters mal von dem geist eigentlich nochmal und hier könnt ihr auch sagen okay es ist halt zu laut zu leise und so können wir halt auch neue modelle hier mit einfügen und ihr müsst daran denken wenn ihr hier was eingefügt habt müsst ihr die natürlich auch wieder hier mit reinpacken wenn ihr die auch da haben möchtet enable noch irgendwas ja und dann war es das mit dem tutorial ich hoffe es hat euch gefallen ihr habt was gelernt ihr habt vielleicht ein neues tolles gimmick gefunden was ihr neuen streams nutzen könnt und ja dann wünsche ich euch noch einen schönen tag und wir sehen uns im nächsten video wir sehen uns im nächsten Video